Hallo, ich bin Shokran Parvani und ich habe 12 zu 0. Ich fahre Lamborghini Aventador, so dass man nur so nebenbei ist. Hey Leute, wir sind gerade in Wuppertal und gleich geht es zum Wiegen. Und hier ist mein Freund Hamoudi auch dabei. Er bringt gute Laude mit, wir nehmen euch mit. Hey Leute, wir haben uns gewogen. Ich habe mein Gewicht gebracht, mein Gegner leider nicht. Trotzdem, der Kampf steht für morgen. Ja, ich bin ready. Die Vorbereitung war super. Ich habe mich diesmal in Deutschland vorbereitet. Alles lief nach Plan. Leider muss ich noch was zu sagen zu der Vorbereitung. Ein paar schlimme Sachen passiert. Der Manager oder der Matchmaker von mir ist leider verstorben, der Olaf Schröder. Und der hat das alles für mich organisiert. Leider ist er verstorben und ich wollte trotzdem kämpfen. Weil so eine Absage ist nicht so mein Ding, so einen Kampf abzusagen. Ich habe noch nie einen Kampf abgesagt. Es ist eine Zwischenstation für etwas Großes. Und ich hoffe, morgen hauen wir den Gegner K.O. Darauf bin ich hinaus. Was anderes möchte ich nicht. Und dann, nächste Haltestelle, größere Aufgaben. Ich muss das mal machen. Ich glaube, dass er nicht mehr macht. Ich kann nicht mehr, mach dich nicht mehr. Du guerst ein Wasser überlassen. Gott dammit. Ja. Es kreide mich. Und ich sollte es so machen." Was ist los, Jungs? Was ist los? Wir essen jetzt was, danach Richtung Wuppertal direkt. Ausholen, schlafen, morgen geht's ab, dann zum Kumpel. Wie lange noch? Noch eine Stunde. Und dann? Los! Nauslie zu ihr, sie geben sie zu mir in ranzos. Ich nehme es an, ich will es nicht mehr. Wenn es passiert, würde sie sich abschne. Aber auch in dieser Zeit, wenn sie abschne. Und sie ist tief in dieser Passion, und sie ist wie D4L und ATL. Back zu knappen, ey! Perhaps relaxing würde mich aus dem Jam. Ich da all 4,000 pics, sie posten auf Instagram. Listen, fam, das ist normal. Sie brenent candles, sie purple. Drawing stars in the circles, sie zu mir, nonverbal. In mein head, floating bad. Am ich scared? Was you mean, she a demon, she a devil, she a sinner, she my queen I'm her servant, it's perfect, we working just like what she said I don't trust her, but lust her and plus I'm a slave, I'm a slave, I'm a master And giving me to confess, whatever it is She won't be, she said it, she said it, she said it I'm a real self, if you go inside, she controlling your mental Damn the sentence, flip my word upside down Fresh Prince, I've been praying to her presence ever since She make me wanna worship Worship, 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 Worship She make me wanna worship Worship, Worship, Worship Make me wanna worship Worship, Worship, Worship She make me wanna worship Worship, 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 Worship I never saw this coming, but it's happening I hit it once and tried to quit, but now I'm back again It's like I'm in jail on the cell Das war ein schneller Kampf, ich hab ruhig geboxt, ich hab versucht ein bisschen zu testen, aber er hat dann beim ersten Schlag schon verbacken, da hab ich einfach nachgesetzt und ihn gefinisht. Er ist ein Lachen, er ist ein Lachen.